Was ist das? Das ist meine Gitarre. Das ist meine Gitarre. Berühre meine Gitarre nicht. Was sind das? Das sind meine Mangas. Sie sind mir wertvoll. Was ist das? Das ist mein Laptop. Das ist meine Gitarre. Das ist meine Gitarre. Sei vorsichtig. Er ist leicht zerbrechlich. Das ist meine Gitarre. Was ist das? Das ist meine Gitarre. Das ist mein Handy. Das ist meine Gitarre. Das ist meine Gitarre. Hör mit den Fragen auf und geh aus meinem Zimmer. Warum? Weil du nervig bist. Warum? Warum? Dette. Da-ga. Ach, raus. Aus.